Kennen Sie dieses Geräusch? Was geht in Ihrem Kopf vor, wenn ein Krankenwagen direkt bei Ihnen vorbeifährt? Bestimmt schlimme Bilder. Sie sind dankbar, dass Sie nicht darin liegen, oder? Und wenn doch? Wenn Sie doch im Krankenwagen um Ihr Leben und Ihre Gesundheit ringen, was dann? Wären Sie da nicht froh, wenn alles entsprechende geregelt wäre? Vielleicht wussten Sie bei dem Unfall irgendwo auf der Landstraße nicht, wo Sie sich gerade befinden. Wäre da nicht eine GPS-Notfallordnung mehr als Gold wert, weil die notwendige Hilfe genau dorthin kommt, wo sie gebraucht wird? Nun sind Sie auf dem Weg ins Krankenhaus. Wäre es für die Ärzte, die um Ihr Leben ringen, nicht wichtig zu wissen, ob und wogegen Sie geimpft oder allergisch sind? Müsste man nicht wissen, welche Blutgruppe Sie haben und welche Menschen sofort wissen sollten, dass es Ihnen nicht gut geht? Im Krankenhaus angekommen müssen Ärzte doch wissen, was Ihr Wille im Hinblick auf Ihre Behandlung ist. Die ersten Minuten nach einem Unfall oder einem Zusammenbruch sind überlebenswichtig. Die ersten Stunden entscheiden über Ihr zukünftiges Leben. Wäre es da nicht sinnvoll, alles vorher so geregelt zu haben, dass Ihnen die bestmögliche Versorgung zuteil wird und man alles so organisiert, wie Sie es sich jetzt wünschen würden? Wenn Sie rund um die Uhr eine Notfall-Hotline hätten, die alle Ihre Wünsche kennt? Und was ist, wenn Sie längere Zeit nicht ansprechbar sind? Wäre es da nicht wichtig für Sie, dass alle Ihre Verträge gut organisiert und sicher verwaltet sind? Wenn Sie die Wahl hätten, im Krankenwagen zu liegen oder für 60 Euro alles vorher geregelt zu haben, wie würde Ihre Entscheidung lauten? Richtig. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf und für 60 Euro im Jahr nehmen wir Ihnen die Sorgen ab, die Sie im Krankenwagen zusätzlich hätten. Bestellen Sie jetzt Ihren persönlichen Notfallpass. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020